Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich mega, dass ihr wieder mit am Startseite und eingeschaltet habt. Denn wir wollen uns heute mal was Neues anschauen. Ein neues Projekt, eine neue Rennsimulation hier auf meinem Kanal. Neben den ganzen Assetto Corsa-Kompetitionen-Videos gibt es heute mal ein bisschen Abwechslung. Und zwar von Automobilista 2. Das ist jetzt seit ungefähr einem halben Monat im Early Access verfügbar. Und mich hat es mega interessiert, was diese Rennsimulation schon so kann. Es ist natürlich noch lange nicht final, diese Version. Oder es werden wahrscheinlich auch noch hier und da so ein paar Baustellen sein. Aber man kann natürlich sich schon mal so einen Ersteindruck holen, wo die Reise hier hingehen wird. Denn diese Rennsimulation, die basiert auf der Project K2-Engine. Das heißt, grafisch wird uns auf jeden Fall einiges erwarten. Aber das große Fragezeichen war für mich, okay, inwiefern können die die Fahrphysik von Project K2 quasi verbessern. Weil ich weiß nicht, inwiefern das miteinander alles zusammenhängt. Oder vielleicht sogar ganz umändern. Weil Automobilista 1 hat eine sehr, sehr gute Fahrphysik. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Automobilista 2 ja auch eine sehr solide oder wenn nicht sogar sehr gute Fahrphysik haben wird. Und das schauen wir uns heute in diesem Ersteindruck einfach mal an, würde ich sagen. Wir starten hier einfach mal in einen Testtag rein. Gucken hier nochmal kurz, was für Fahrzeuge wir hier zur Verfügung haben. Welche Rennklassen es gibt. Und da können wir schon sehen, es gibt hier wirklich die verschiedensten Rennklassen. Von zum Beispiel Caterhams über Trucks, über klassische Formel 1 Fahrzeuge, über aktuelle Formelfahrzeuge, über die ganz aktuellen Formelfahrzeuge. Die V10-Ära, V12-Ära oder auch sehr, sehr alte Formelfahrzeuge. Aber wir haben zum Beispiel auch Karts dabei. Richtig, richtig geil, wie ich finde. Auch wenn ich jetzt wirklich noch nie Kart gefahren bin in der Simracing-Welt, in echt schon. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch die Super V8-Klasse. Also da erwartet uns auf jeden Fall eine Menge Abwechslung. Und bei den Strecken sieht es nicht anders aus. Da haben wir auch sehr, sehr viel Abwechslung. Aber man muss sagen, die meisten Strecken sind wirklich aus Brasilien. Das heißt, wir haben hier auch einen brasilianischen Entwickler oder ein brasilianisches Entwicklerstudio. Die natürlich dann den Hauptfokus auf brasilianische Strecken auch gelegt haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch einige Strecken, wie zum Beispiel Brands Hedge, Catwell Park kennt man auch, Emola, Donington Park, Jerez und noch einige andere, die uns bekannt vorkommen. Und ich würde sagen, wir starten heute aber mal in Brasilien. Und zwar hatte ich mir Interlagos mal rausgesucht, weil die Strecke kenne ich einigermaßen und auf die habe ich auch mega Bock. Und da schnappen wir uns einfach mal ein aktuelles Formel 1-Fahrzeug, damit wir auch mal so einen Referenzpunkt haben. Denn es gibt jetzt noch keine GT3-Fahrzeuge hier in dem Spiel. Das heißt, ich kann keine direkten Vergleiche zum Beispiel zu Assetto Corsa Competizione machen. Deswegen nehmen wir uns einfach mal heute nur Formel-Fahrzeuge. Ich denke mal, ich werde hier die aktuelle Formel 1 testen, die V10 und vielleicht noch irgendwas Klassisches oder so. Damit wir verschiedene Sounds auch mal hören oder ein verschiedenes Fahrverhalten haben. Und dass wir uns davon einfach so einen Eindruck machen können. Hier kann man noch die ganzen Bedingungen einstellen. Das ist auch sehr, sehr geil. Also ähnlich wie im Project R2 auch. Kann man hier den Zeitfortschritt beliebig bestimmen. Auch zu welcher Jahreszeit. Verschiedene Wetterslots. Ja und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht länger drumherum, sondern gehen hier direkt zur Strecke. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Brasilien in Italagos. So und da sind wir auch schon wieder hier in der Boxengas. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir springen direkt auf die Strecke und sammeln unsere ersten Eindrücke hier in Automobilista 2. Und ja, wir switchen schon mal die Kamera durch. Ich würde sagen, wir starten erstmal hier in der Cockpit-Perspektive. Ja und sammeln unsere, wie gesagt, ersten Eindrücke. Grafisch erinnert es natürlich sehr, sehr stark an Project R2. Ist ja auch normal, weil es dieselbe Engine nutzt. Aber wie ich gerade schon mal gesagt habe, es zählen natürlich auch noch einige andere Faktoren. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen abchecken. Wie zum Beispiel die Fahrphysik oder den Sound. Den hört ihr ja jetzt gerade selber. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Was ihr so zum Sound sagt und zum ersten Eindruck generell. Aber erstmal hier mit dem Controller natürlich auch erstmal ein bisschen klarkommen. Ein bisschen gucken, wie das Ganze reagiert. Fühlt sich auf jeden Fall schon sehr direkt an. Klar, es ist auch ein Formelfahrzeug. Aber das heißt natürlich nicht, dass es automatisch gut fahrbar ist. Ich habe auch schon andere Formelfahrzeuge in anderen Spielen gesteuert mit dem Controller. Und da war es auf jeden Fall mega schwierig, teilweise. So, aber wir switchen hier mal die Kamera durch. Eine Helm-Kamera haben wir auch sogar. Also quasi auch wie in Project Cars. Da ist die Version natürlich dann nochmal eine Ecke höher. Aber man muss sich natürlich an dieses in die Kurve neigen von dem Helm. Ein bisschen dran gewöhnen, weil der Fahrer immer dann so ein bisschen mit in die Kurve reinguckt. Und das ist eigentlich persönlich so meine Lieblingskamera in jeglichen Formel 1 Spielen. Weil man einfach nur noch eine bessere Übersicht hat. Und ich finde der Sound, der ist nochmal eine Ecke geiler als so im Cockpit an sich oder in der Helm-Kamera. Ist alles nochmal ein bisschen kerniger. Das brüllt alles ein bisschen, hat man das Gefühl. Ja, und von außen auf jeden Fall. Also von außen ist der Sound nochmal viel geiler, finde ich. Aber das heißt nicht, dass ich hier in der Kameraperspektive fahren werde. Aber ihr seht's, das Auto arbeitet auch. Es sind viele Bodenwellen. Also das sieht schon cool aus. So vom allerersten Eindruck. Aber ich würde sagen, wir suchen jetzt mal eine Kameraperspektive, wo wir hier mal ein bisschen mit fahren können. Die ist auch ganz nice. Oh, also zu fest bremsen darf ich hier nicht. Boah, und wie genial sich das andert, wenn man so aus der Kurve, aus dem niedrigen Gang heraus beschleunigt. Dieses, brrrr, dieses kernige. Richtig genial. Das haben sie schon echt gut gemacht. Ja, und wie ihr seht, wir haben hier so eine leicht neblige, leicht diesige Atmosphäre. Wo die Sonne ja so ein bisschen durchschimmert. Richtig genial sieht das aus. Aber das kennen wir, wie gesagt, von der Madness Engine ja auch nicht anders. Das ist immer so die große Stärke bis jetzt gewesen. So, und ich würde sagen, wir bremsen mal hier so bei 50 Meter. Ah, okay, 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 okay. Alles klar. Alles klar. Also wenn man die Bremse zu weit durchdrückt, dann logischerweise blockieren die Räder. Und ja, mit dem Controller muss ich da am besten erstmal ein Gefühl für kriegen. Okay, okay, okay. So, Leute, ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde gefahren. Und ja, habe so ein bisschen trainiert, in Anführungsstrichen. Und das fühlt sich selbst mit dem Controller sehr, sehr, sehr gut an. Und ich lasse euch einfach mal eine Runde jetzt durchlaufen, die ich richtig gut eigentlich zustande gebracht habe. Jetzt für den Anfang zumindest. Und ja, zieht euch es einfach selber rein. Ich drehe den Sound auf und ja, genieße es einfach mal. Ich drehe den Sound auf und ja, genieße es einfach mal. Ich drehe den Sound auf und ja, genieße es einfach mal. Ich drehe den Sound auf und ja, genieße es einfach mal. Ja, Freunde, das war jetzt hier schon mal eine relativ saubere Runde in Interlagos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im direkten Vergleich hier zu Project Cars, die Autos fühlen sich insgesamt einfach viel, viel schwerer an, griffiger an. Und man hat einfach ein viel besseres Gefühl, ja, für den Grip und für das Limit. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Zum Beispiel in diesen schnellen Kurven, wenn das Auto leicht anfängt zu rutschen, du merkst das Limit einfach insgesamt sehr, sehr gut. Und das ist ein riesen Pluspunkt, finde ich. Oder das war auch ein riesen Minuspunkt in Project Cars 2, dass du genau dieses Limit sehr, sehr schwer gefühlt hast. Deswegen schon mal ein dicker Daumen nach oben, kann man sagen, für den ersten Eindruck, was das Fahrgefühl angeht. Zumindest hier von der Formula Ultimate Klasse, wie sie so schön heißt, in Automobilista 2. Ja, und vom Sound konntet ihr euch ja jetzt auch selbst überzeugen, finde ich. Gerade in dieser Perspektive oder ja von weiter außen, also entweder von der Außenperspektive oder ja von dieser Dachperspektive sozusagen, sehr, sehr gut gelungen. Die Innenperspektive finde ich noch so ein bisschen unspektakulär. Aber das hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass sich die Formel 1 Autos heutzutage nicht mehr so krass anhören wie früher. Aber das werden wir jetzt natürlich hier im Anschluss dann auch hören, wie sich ja das Gekreische von den V10 Motoren anhört. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal zu den guten alten V10 Schätzchen. So, meine Lieben, jetzt geht es ans Eingemachte, kann man sagen. Wir sind hier auf dem Olden Park oder im Olden Park und ja, haben uns hier so eine V10 Schleuder von vor. Wie lange ist es her? Ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen her. Ja, und wir haben hier eine wunderschöne Lichtstimmung. Ja, und wir hören schon mal so ein kleines bisschen rein, denn ja, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, kann man sagen. Aber zieht es euch selbst rein. Ja, einfach herrlich, herrlich, herrlich. Und die Cockpit-Perspektive gefällt mir ja auch viel besser von der Ansicht her. Man hat einfach viel mehr Überblick, ja, als in den modernen Formel 1 Wagen mit diesem, ja, behinderten Halo. Auch wenn es natürlich für die Sicherheit dient, aber ja, ich bin da irgendwie kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Da fühlt man sich hier direkt schon ein bisschen heimischer und ja, man denkt direkt immer an die guten alten Zeiten. Aber wir schauen uns hier auch mal die Strecke an, die ist wirklich auch sehr, sehr geil gelungen. Und probiert diese Kombination mal aus, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Einfach mal ein altes Formel 1 Auto nehmen und ja, hier auf dem Olden Park ein paar Runden drehen. Ja, aber genießt es einfach nochmal. Ich halte nochmal die Klappe und melde mich gleich nochmal. Ich halte nochmal die Klappe und ja, ich halte nochmal die Klappe So Freunde, zum Schluss gibt es jetzt hier nochmal eine relativ schnelle Runde im Olden Park. Genießt die Action, ich drehe den Sound voll auf und danach, ja, kommen wir zum abschließenden Fazit hier von diesem Ersteindruck. Aber erstmal gibt es jetzt hier die volle Dröhnung. Let's go! Musik Das war's. Das war's. Ja Freunde, wenn das nicht geisteskrank intensiv war, dann weiß ich auch nicht mehr. Der Sound, diese Intensität und auch diese Kombination, also die alte oder ältere Formel 1 auf dem Olden Park, wirklich eine richtig geniale Kombination, wie ich finde. Haut gerne mal bitte eure Meinung zu Automobilista 2 bzw. zu diesem Ersteindruck jetzt in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Wie gesagt, ich finde vor allem im Vergleich zu Project H2 ist die Fahrphysik nochmal deutlich, deutlich verfeinert worden. Auch wenn ich das natürlich jetzt nicht mit dem Controller final beurteilen kann, weil dafür braucht man natürlich ein Lenkrad. Aber das, was ich bisher beurteilen kann, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Auch von der Auswahl her der Strecken, da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Strecken auch dabei und auch neue Fahrzeugklassen und so weiter. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommt und wenn ihr mal geile Kombinationen im Kopf habt, die ich fahren könnte, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, haut gerne ein Däumchen raus, lasst ein kostenloses Abo da für weitere Simracing-Action und für mehr Automobilista 2, Assetto Corsa-Kompetitionen, Content und so weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, liebe Simracing-Freunde. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.